So, meine lieben Rapper Mittwoch, Freunde, ich glaube, ihr hattet wieder eine supergeile Show. Also ich war sehr unterhalten. Wie fandest du das, Mike? Kontrovers und sehr unterhaltsam, wie immer. Ja, so ist es halt bei Rapper Mittwoch. Und wir laden euch auch zur nächsten Show ein. Die findet statt am 16.10.2013. Immer wieder hier an selber Stelle, zur selben Welle, Alter. Und ey, was euch da erwarten wird, ist wieder ein Superlativ. Ein großartiges Battlemania Champions League Battle. Und zwar zwei Giganten. Einmal Drop Dynamic gegen Lars Unlimited. Davon kann man sich einiges versprechen. Und als Producer Feature haben wir Doem Beats und wir freuen uns auf seine Beats. Doem auf jeden Fall immer ein souveräner Produzent und er ist übrigens auch MC, können die abchecken. Und danach gibt es eine After Party, die wird von keinem geringeren gerockt als von DJ Rocky. Ganz oft hört die Musik von DJ Rocky eher untermalt, so gut wie alle Sounds, die wir hier bei Rapper Mittwoch haben. Zum Beispiel Battle King und so. Checkt das ab. 16.10. Wir sehen uns, wie gesagt, und schreibt immer eure Ideen und Meinungen hier in die Kommentare. Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Peace! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.